Moin Leute, neue Aufgabe für Mayas Herausforderung ist am Start und zwar überlebe 500 Gegner. Als Belungen erhaltet ihr eine Gesichtsbemalungs-Upgrade für unsere Agentin im Upgrade-Ressort und zwar hier. Das ist Maya, hier ist das Upgrade. Davon gibt es 5 verschiedene, eins davon könnt ihr euch auswählen. Das ist natürlich dauerhaft. So, dafür müsst ihr einfach nur in einem Solo, Duo oder Teammatch und dann 500 Gegner überleben. Meistens so, ja, vielleicht 7 Runden, 8. Kommt drauf an, wie weit man kommt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Viel Spaß dabei, ich bin weg, haut da rein. Ciao.